Hätte einen Athleten für Nettie oder not? Nick Dompier, Online-Coach. So. Der soll natural sein. 97.000 Follower. Oh, sehr, sehr plastischer Look, ne, Freunde? Sehr, sehr plastischer Look. Klimmzüge mit Gewichtsweste. Sieht aber auch aus wie so ein Leichtathlet, ne? Sieht aus wie ein Leichtathlet. Ein Calesthetic-Athlet. Digga, der ist, ja, Crossfitter, der ist, meiner Meinung nach, was ich jetzt gesehen habe, safe natural. Da ist ja gar keine Masse vorhanden. Guck mal hier, wenn der so locker steht. Er ist halt sehr, sehr durchtrainiert. Karl-Asthetik. Er hat einen sehr, sehr guten Bauch. Aber das war es dann auch schon. Der ist natural. Was sagt ihr, Freunde? Onkel, hau mal eine Abstimmung bitte raus. Ist der Nick Dompier natural oder nicht? Das wollen wir jetzt hier einmal wissen von den Zuschauern. Ja, es ist keine brutale Masse. Es ist doch keine brutale Masse. Wo ist denn hier brutale Masse? Er ist einfach nur unfassbar trocken und durchtrainiert. Aber das ist jetzt keine brutale Masse. Wo ist da denn brutale Masse hier? Guck mal, seine Schultern, die sind nichtmals rund. Netti, Netti. Ist der Typ da? Der Typ da. Ich sag, ja, safe. Abstimmen. Nein, kein geringer Dosis-Test. Wenn du dein Leben lang trainierst und noch Calisthenics machst, Crossfit machst und keine Ahnung was und auf dein Essen achtest, dann siehst du, denke ich, mal so aus, wenn du die richtige Genetik hast. Ja, mit seiner Frau und seinem Hund. Guck mal, wie der im Hemd aussieht. Der sieht da aus wie ein Untrainierter. Wie alt ist der? Hat der das hier irgendwo drinne? Crossfit, DM-Coaching, Team Big Big, Team Big, weiß ich, ich dachte, da steht Team Big Bitches, Alter. Hier haben wir sogar noch eine Pose, eine Side-Chess macht er. Guck dir die Größe seiner Füße an Safe Wax. Ja, der ist gut, aber der ist natural. Also meine Meinung, meine Meinung bleibt, er ist Netti. Danke für den Follower, mein Lieber. Und wir haben auch eine 100%ige Natural-Abstimmung. 100% natural. Geil. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. Pause-Chessmanage-Germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattkort William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tür.